jo moin moin leute stefan hier vom weekend warrior shop heute neue produktvorstellung cytec megafit holster top holster passt für fast alle pistolen möchte ich euch kurz ein bisschen was zu zeigen und erklären ich hoffe ihr habt da bock drauf ist ein kleines basic video und bis gleich heute geht es um den cytec megafit holster wie funktioniert der der ganze ist hier zusammengeschraubt ist hier zusammengeschraubt kommt mit diesem belt clip den könnt ihr lösen und auch an die r defender molle adapter ran schrauben die ich vorgestellt habe und auch an den lowrider dass man das ganze quasi tiefer ran kriegt an den an den oberschenkel oder auch an die beinplatte ran ja durch diese schraub durch dieses schraubsystem passen da viele unterschiedliche pistolen rein ich habe jetzt zum beispiel hier eine glock zack schnell ziehholster für die glock was will man mehr man sieht den gleichen hier drüben einmal mit der ppq auch und wenn es euch auffällt haben wir hier zwei unterschiede einmal die rechtshänder variante einmal die linkshänder variante einmal tan einmal oliv das ganze gibt es auch noch in schwarz wir haben die drei farben im angebot ihr stellt das teil quasi beliebig durch die schrauben auf eure jeweilige pistole ein dabei ist es völlig egal ob ppq glock wie auch immer das geht für viele gängige pistolen im kaliber 43 oder eigentlich für alle auch für alle airsoft pistolen alles was echten pistolen nachempfunden ist passt da eigentlich ran also wirklich glaubt die werben mit 90 unterschiedlichen modellen diese ganzen standard sachen von walter umarex diese herkömmlichen smith investment produkte die kriegt daran was fürs paintball noch wichtig ist du kannst das ding nicht so weit auseinander stellen dass du hdr 50 daran kriegst eine fsc oder eine tipx das ist für die paintball spieler wichtig gerade für die airsoft spieler unter euch da kriegt ihr halt eure sidearm super gut untergebracht wie gesagt einmal die linkshänder variante einmal die rechtshänder variante ich habe den halt jetzt noch nicht optimal eingestellt erst noch ein bisschen eng man sieht es auch einmal hier wenn er fokussiert man sieht du änderst halt quasi die höhe dass die pistole drunter passt hast hier einmal diesen den greifen mechanismus so sieht man es nicht so gut aber ja ihr wisst was ich meine man kann es halt einstellen und das ist halt das wichtige an der ganzen geschichte ja ich hoffe ihr habt da spaß dran ich hoffe ich konnte euch damit weiterhelfen wir verkaufen die dinger viel auch für leute die bock haben auf diesen akimbo style du nimmst eine bein plate rechts händer rechts ran links händer links ran zwei band zwei pistolen dabei ist halt auf alle fälle style over 9000 was will man mehr seit von der verarbeitung her muss ich sagen auch top dass jetzt nicht nicht so viel mit dabei du hast den adapter du hast den im bus schlüssel zum einstellen und oder den holster den im bus schlüssel zum einstellen und das ganze kommt für 28 95 rüber für den preis kann man es bei uns kaufen im weekend warrior shop produkte verlinke ich euch auch unten in der beschreibung des videos wichtig da noch preise sind jetzt von januar 22 corona dies dass die können sich halt auch noch ändern aber ich verlinke euch auf die produkte da seht ihr sofort verfügbarkeit und was es kostet ich hoffe ich konnte euch mit dem video ein bisschen helfen konnte euch diesen holz da ein bisschen näher bringen wenn ihr irgendwie fragen habt irgendwas benötigt irgendwas ist unklar einfach immer unten in die kommentare reinhauen wenn euch das video gefallen hat nämlich gerne einen daumen hoch und auch abos sind gerne bei uns gesehen für den fixen content und ein bisschen mehr als die zwei videos die woche folgt unserem instagram kanal jetzt habe ich einmal die social media leier runter gehauen viel wichtiger ist ich wünsche euch eine schöne woche das video wird einem montag kommen ich wünsche euch einen schönen start in die woche lasst euch nicht ärgern wir sehen uns und bis denn